so leute aufgepasst eigentlich soll es in diesem video um microsoft und facebook und auch um die tesla gehen aber ich werde mal ein bisschen anders machen ich möchte euch nämlich mitnehmen in meine welt des tradings ich möchte euch zeigen wie ich die charts lese und vor allen dingen was ihr davon habt wie ihr euren nutzen daraus ziehen könnt denn ihr sollt etwas mitnehmen immer wenn ich euch etwas erzähle in den videos dann möchte ich dass ihr einen nutzen davon habt dass ihr ein stück weit etwas davon lernt wie ich die charts lese und vor allen dingen wie ihr es anwenden könnt es ist im grunde ja ganz egal ob ihr fundamental ausgerichtete anleger investoren seid ob die charttechnische trader seid ob ihr nach mondphasen handelt das ist da vollkommen egal hauptsache für euch funktioniert das was ihr macht und darum geht es im trading wichtig ist aber sich nicht zu verschließen wichtig ist sich auch mal etwas anderes anzuschauen vielleicht funktioniert es ja und deshalb möchte ich euch mitnehmen was bewegt mich dazu mein name ist mario sternrücken und ich liebe das trading ich habe 2004 angefangen im professionellen wertpapierhandel ich habe in an der börse in stuttgart gearbeitet da habe ich 2004 angefangen dann habe ich mit dirk müller und co auf dem parkett in frankfurt gearbeitet ebenfalls im aktienhandel bin dann später auf die eigenhandelsseite gewechselt und hocke jetzt hier vor dem bildschirm und handel mein eigenes geld ich weiß also wovon ich spreche ich kenne den schmerz der verlusttrades ich kenne das glücksgefühl wenn es gut läuft und wichtig für mich bei der ganzen sache ist einfach was ich daraus machen kann ich muss ja aus den märkten einen nutzen ziehen ich muss an den märkten geld verdienen und deshalb möchte ich euch mitnehmen und zeigen damit oder er damit ihr erfahrt welchen sinn es macht wenn man sagt es kann steigen oder fallen einige kommentare von gestern waren ging in die richtung und das kann ich absolut gut verstehen und deshalb möchte ich mit diesem video ein stück weit damit aufräumen und wenn ihr bock drauf habt dann mache ich noch mehr videos und erkläre euch meine welt des tradings wie ich es mache wie es für mich funktioniert und jetzt gucken wir uns mal die charts an drei an der zahl microsoft facebook und die tesla und gucken wir mal die fundamentalen sachen die könnte gerne im text lesen oder sonst wo und wer keinen bock drauf hat der braucht nicht zugucken aber jetzt geht's los ich starte aber als allererstes mal mit der alphabet mit der google und da habe ich gestern darüber gesprochen so und gestern war folgende folgendes problem beziehungsweise wir haben gesagt hier 1250 bis 1300 us dollar ist widerstand und der ist so lange widerstand bis er überwunden wird und das problem an earnings an quartal zahlen gerade bei us-aktien wenn wir mal zurückblicken da gibt es öfter mal relativ große gaps die habe ich gestern mit angesprochen und gesagt der markt kann zehn prozent nach oben oder zehn prozent nach unten laufen ich weiß es natürlich nicht ich habe doch keine verdammte glaskugel wichtig ist aber einfach dass ihr euch des risikos bewusst seid an diesem widerstand ist die wahrscheinlichkeit dass wir erstmal nach unten abprallen die ist natürlich gegeben so aber wenn wir uns an diesem widerstand befinden ist eben die schwierigkeit wenn ich hier sport positioniert bin und das mache ich so ungerne wenn wir vor quartal zahlen an diesen marken stehen also wir stehen ja direkt drauf auf dieser marke der markt war hier schon unentschlossen hoch oder runter und genau das mag ich nicht jetzt sind wir zwar gestern irgendwie nur drei prozent gefallen aber gestern nachbörslich springt die alphabet deutlich an überwindet diese hürde und genau sowas möchte ich im trading vermeiden und deswegen erster hinweis wenn ihr engagiert seid vor quartalszahlen seid euch einfach des risikos bewusst dass es ruppig zugehen kann dass ihr wenn ihr zum beispiel mit hebel zertifikaten unterwegs seid dass ihr hier ausgestoppt werden könnt und vielleicht sogar schlechter als euer stop loss gesetzt wurde bei hebel zertifikaten kann man ja nicht mehr verlieren als man eingesetzt hat trotzdem denkt einfach an dieses risiko anders sieht es aus wenn wir das gucken uns gleich mal bei der bei der tesla an wenn wir nämlich von so einem widerstand in weiter entfernt sind und dann daran springen dann ist das für mich ein sport niveau warum weil wir erstmal zu schnell zu weit so niveau erreicht haben aber hier in der alphabet war eben das risiko groß dass wir in die eine oder andere richtung springen können und zwar mit einem gap und sowas handel ich nicht weil es ja da kann ich auch ins casino gehen rot oder schwarz kurzer blick noch alphabet nachbörslich gestern deutlich angezogen 1323 und damit der widerstand überwunden das ist nachbörslich jetzt müssen wir erstmal gucken wie die aktie tatsächlich vorbörslich notiert aber können wir hier können wir schon mal sehen was bei den quartalszahlen öfter mal abgeht gucken wir uns als nächstes die facebook an und hier sieht das bild schon wieder ein bisschen anders aus aber auch hier muss ich euch sagen achtung nehmt euch vor allem bei der facebook in acht denn da gab es in der vergangenheit immer wieder große kurslücken zu den quartalszahlen was sind kurslücken sowas wie hier wir haben irgendwo im bereich 217 euro geschlossen an dem einen tag dann kamen die quartalszahlen und die aktie eröffnet bei 175 euro da sind mega massive sprünge drin und wenn man irgendwo hier oben gekauft hat dann ist man deutlich unter wasser und das muss man eben das muss man wissen dass in der aktie so was passieren kann deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen und jetzt auch wieder bei den quartalszahlen heute nachbörslich kann es ebenfalls wieder also von heute abend auf morgen kann es ebenfalls zu einem großen gap kommen und wir befinden uns momentan im grunde wenn wir uns das angucken hier die letzten seit jahr zwei seit 2018 bewegt sich die facebook in einer range wir haben ein markantes verlaufstief und auf sowas müsst ihr achten hier 123 bis 129 gucken dass wir hier diese zwei dinge zusammenfassen dann hatten wir das korona tief 137 bis 142 ebenfalls markantes unterstützungsniveau ich sehe das als im grunde hier das range tief range ist das komplette gebilde auf der oberen seite haben wir 202 bis 209 so ein offenes gap das ist ganz oft widerstand verlaufshoch überschritten alter widerstand wird zur unterstützung gett nach unten gelb widerstand wenn wir dies niveau erreichen dann ist das für mich persönlich interessant für eine short position auch wenn wir da dran geppen dann spekuliere ich kurzfristig darauf dass wir hier eine gegenbewegung nach unten sehen das ist mein täglich brot ich muss da täglich mein mein geld riskieren und so ist meine vorgehensweise dann nächster widerstand 217 bis 224 50 ebenfalls markantes verlaufshoch markante verlaufshochs und ja startschuss abwärts bewegung insgesamt eine seitwärts bewegung und jetzt sind wir ja fast in der mitte des teichs und in der mitte des teichs fischt niemand also was will ich hier machen auf tagesbasis mache ich da gar nichts ich mache erst was wenn wir die markanten niveaus erreichen von denen aus eine gute wahrscheinlichkeit besteht dass wir eine gegenbewegung sehen werden kurzfristig kann man natürlich da noch ganz andere sachen machen aber da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen das können wir gerne wenn ihr bock drauf habt zu einem anderen zeitpunkt machen gucken wir uns die microsoft an microsoft zuletzt richtig stark hier vom corona tief 130 bis 135 hatten wir vorher mal hier ist so eine auch so eine range relativ enge range dann ausbruch aus einer range nächstes ding müsst euch merken wann entstehen trends bei einem oder nach einem ausbruch aus einer seitwärts bewegung beim hier gett nach oben starkes zeichen microsoft läuft erste sache ausbruch aus einer seitwärts bewegung oder zu weit zu schnell in einem in die ein oder andere richtung gelaufen wenn wir dann noch auf ein markantes unterstützungsniveau treffen ist das häufig eine gute gelegenheit um wieder in die gegen in die gegenrichtung zu spekulieren hier in der microsoft sind wir jetzt ziemlich weit gelaufen wohin an ein gap hier sehen wir es ein bisschen durch die schrift zugestellt gab dann widerstand 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 das wurde zuletzt ein bisschen überschritten das wurde zuletzt ein bisschen aufgeweicht sowas gefällt mir nicht besonders gut jetzt hat man am 28 den schlusskurs 169 181 wir haben uns ein stück weit von diesem widerstand weg bewegt der gilt erst als überschritten beziehungsweise gebrochen wenn er überschritten ist jetzt haben wir den so minimal kurz überschritten deswegen aufgeweicht schwierige situation an diesem niveau haben wir jetzt schon ein bisschen geknabbert da würde ich nicht noch einmal shorten wenn wir an dieses niveau ran laufen anders sieht es bei dem verlaufs hoch aus allzeit hoch 187 bis 191 solche marken da sieht man häufig eine gegenreaktion vor allen dingen wenn man vom verlaufstief zum hoch gestiegen ist gibt es einfach von der wahrscheinlichkeit oftmals schöne bewegungen in die entgegengesetzte richtung und genau darauf achte ich und ich schaue was da passiert ich weiß nicht ich weiß nicht bei bei keinem trade ob der gut geht ich weiß aber dass kurzfristiges glück langfristiger wahrscheinlichkeit weicht und jede einzelne trade hat mit glück zu tun aber langfristig ist es einfach wahrscheinlich dass wir an diesen punkten drehen und so versuche ich mit vernünftigen risiko und money management mit einem guten chance risiko verhältnis hier am markt zu ergehen um mir da immer ein kleines stückchen raus zu schnippeln so mal ein blick auf die tesla das auch wieder so eine interessante geschichte die tesla ja so brutal in die eine und in die andere richtung wenn wir mal schauen hier ist wieder dieses phänomen wir haben eine seitwärts bewegung über mehrere monate über mehrere jahre muss man sogar schon sagen und dann der ausbruch nach unten das war kein gutes zeichen wir haben erstmal eine recht dynamische abwärts bewegung gesehen hier unten war ein übergeordnetes unterstützungsniveau da hat sich die tesla wieder gefangen ich habe kaum damit gerechnet dann ist sie an diesen hier alte unterstützung wurde zum widerstand wurde so ein stück weit unterschritten und dann ist die aktie seitwärts gelaufen und im grunde der startschuss war na wen wundert wieder nach quartalszahlen hier war wieder irgendwo so mitten im nirgendwo dann kommen quartalszahlen die aktie gebt nach oben und dann setzt diese massive aufwärts bewegung setzt ein geendet auch hier das wieder wichtig zum lernen wenn ihr sowas sieht massive volumen spikes und abnormal große kerzen sowas ist häufig ein zeichen der erschöpfung dass hier die ja dass das die letzten die die zittrigen hände hier die heiße kartoffel in die hand bekommen dass ihr panikartig gekauft wird tesla 1000 und ich bin nicht dabei jetzt ist sie so gestiegen und sie steigt bestimmt noch mal weiter und nach hier werden die aktien umgeschichtet und dann wenn man sowas sieht dass häufig ein zeichen dass es zumindest eine korrektur gibt dass diese natürlich so brutal nach unten läuft klar wer hätte das gerade gedacht corona und co das unterstützungsniveau hat hier nicht ganz gehalten wurde etwas unterschritten da schauen wir uns aber gleich noch mal näher an so und jetzt laufen wir wieder die markante widerstands marke relativ breit aber 850 bis 970 us dollar breites markantes widerstandsniveau und auch hier rechne ich mit einer gegenbewegung wie diese ausfällt das weiß ich nicht ich rechne nicht damit dass wir wieder rettung 380 fallen ich schaue mir das geschehen hier oben an suche mir einen risiko armen einstieg und versuche mir dann ein stück weit nach unten was aus dem markt raus zu schnippeln ob es mir immer gelingt nein es gelingt mir nicht immer wichtig ist dass man mit den gewinner trades mehr verdient als man mit den verlierer trades hier auf der straße liegen lässt gucken wir uns mal die tesla an so von der vorgehensweise wie ich das mache wir haben ja hier sehen wir in blau dieses range niveau diese alte range widerstand der dann überschritten wurde der trend sich gezeigt hat und alter widerstand wird zur unterstützung der wurde unterschritten und hier an solchen punkten da steige ich auch gerne per limit einsetzen stop loss darunter das hier ist ein loss trade gewesen dann setzt aber so was ein bärm so eine massive aufwärtsbewegung und da muss man als trader man darf da nicht sein da darf man nicht auf seiner meinung beharren und sagen wir ja mit der steinrücken hat doch gesagt jetzt ist short da muss man gucken okay was passiert da denn wir wissen dass sie alle nicht und hier hat es dann wieder eine schnelle bärm eine gegenbewegung gegeben so eine massive starke kerze wesentlich dynamischer als das was wir hier vorher gesehen haben und das ist dann ein zeichen okay die unterstützung wurde zwar leicht unterschritten aber jetzt doch zurückerobert und dann muss man in den markt einsteigen und wo ist dann das nächste ziel nicht da oben ich gucke mir kurzfristigere ziele an wo sind markantere widerstände also kurzfristiger natur wenn wir mal hier blicken hier war so ein unterstützungsniveau hier ein unterstützungsniveau also verlaufstiefs dann bricht der markt mit einem gap nach unten schließt dieses gap fast hier dieses alte unterstützungsniveau wurde zum widerstand und an solchen punkten da dreht der markt häufig wieder oder zeigt einfach eine seitwärtsbewegung in diesem fall war es nicht so aber das wäre für mich ein erstes logisches kurs ziel gewesen um hier ein gewinn mitzunehmen dann nächste markante punkte die finden wir hier schon fast wieder im bereich der hochs aber so von der vorgehensweise und dann sehen wir wir sehen bewegung dann hier noch mal so ein gap nach oben auch gap immer unterstützungsniveau es geht weiter aufwärts und jetzt ist das problem dass wir zahlen haben und bei der tesla wenn wir mal hier die earnings anschauen da gibt es halt auch immer wieder große gaps mega große gaps und das ist für mich ein unkalkulierbares risiko und genau das will ich nicht haben und deshalb halte ich mich vor quartalszahlen gerne aus dem markt zurück unkalkulierbares risiko ist lotterie ist roulette das brauchen wir nicht das hat mit trading nichts zu tun und das rate ich jedem von euch haltet die füße still haltet den ball flach wenn wir uns den earnings nähern dann lasst einfach vorsicht walten und wenn ihr einfach nur das mitnehmen dann bin ich der glücklichste mensch der welt so und wenn euch das video gefallen hat gebt ihm daumen hoch abonniert den kanal von finanzmarkt welt und abonniert auch gerne meinen kanal mario steinrücken ich würde mich einfach freuen trading und education gibt so ein bisschen bei mir auf meinem kanal und wir sehen uns beim nächsten video